Nämlich das Extreme Ownership, wie du es quasi jetzt auch schon ein bisschen ausgeführt hast. Wenn man das nämlich auf beide Seiten quasi spielt, was denn dieses Extreme Ownership in so einer schwierigen Situation bedeuten würde, dann bedeutet nämlich das einerseits auf der Führungskraft-Ebene, dass man erstens sich selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass vielleicht Prozesse nicht so gut geklappt haben. Und dementsprechend auch beginnt, so viel wie möglich Unterstützung anzubieten an seine einzelnen Teammitglieder. Gleichzeitig bedeutet aber Extreme Ownership auf dieser Teammitglied-Ebene, dass ich genauso Verantwortung übernehme für meine Arbeit oder meinen Input in dieses Projekt. Bedeutet genauso, dass ich jede Hilfe, die von oben kommt, annehme und versuche besser zu werden. Und dementsprechend, wenn ich diese beiden Punkte quasi zusammennehme, merken beide, und das hast du quasi jetzt auch wieder auf diesem Unsozial-Stichwort sehr schön runtergebrochen, dann sollten beide merken, irgendwas passt da nicht und wir sollten vermutlich dann getrennte Wege gehen. Weil jede Ebene mit dem Extreme Ownership alles für sich mal abgedeckt hat. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, eben mit einer transparenten Kommunikation, dann ist es eben wieder dieses, unter Anführungsstrichen, einfach, aber vielleicht ist ja, wie sagt man, es ist simpel, aber nicht einfach. Das sind so vielleicht so die Begriffe, die man für sowas nutzen kann. Es ist ein simpler Prozess, weil es eben, wenn man das schön aufbaut, dann ist es ein simpler Prozess, weil beide wissen, was sie geleistet haben, welche Fehler sie gemacht haben, dann wird transparent darüber kommuniziert und dann ist auch quasi die Lösung sozusagen klar. Und wir reden hier eben von diesem Hire Slow Firefest deswegen als sehr, sehr wichtiges Konzept, weil ich dann natürlich, wenn ich dieses Hiring sehr, sehr langsam mache, also wenn ich die Person wirklich in allen Aspekten, wie soll ich sagen, testen lasse oder teste, ob es, ob die Person in die Arbeitsprozesse, wie du so gesagt hast, in die Kultur, in das Team einfach hineinpasst, merke gleichzeitig die Person genauso, dass das ein Prozess ist, in den man sich hineinfinden muss. Und auch selber für mich, eben wie du es jetzt sehr schön gesagt hast, da muss ich für mich selber als Extreme Ownership dieses Hiring-Prozesses, muss ich versuchen zu verstehen, ob ich in dieses Team passe. Und dementsprechend nähert sich das dann beides wieder an. Und wenn wir das quasi den Kreis wieder schließen, wenn alle Extreme Ownership für ihren Prozess übernehmen, dann ist es eigentlich auch kein Problem, dieses schnelle Firing zu machen. Weil dann macht man ein Gespräch, man legt quasi wie immer alle Karten auf den Tisch, für die man selber verantwortlich war. Und dann wird sich herausstellen, okay, wir haben alles versucht, was möglich ist. Ich als Führungskraft habe alle Unterstützung versucht. Du als Mitarbeiter hast alle Unterstützung dir geholt von allen, versucht dich zu verbessern, hat nicht geklappt. Okay, dann müssen wir wohl getrennte Wege gehen. Klar, ist jetzt wieder sehr simpel runterkommuniziert, aber der Punkt ist genau das. Da ist nicht Unsoziales dabei, sondern da geht es darum, dass man für beide Parteien das Beste möchte. Von der Partei ausgehend. Also ich möchte ja auch nicht quasi als Teammitglied in einem Team sein, wo ich unglücklich bin und wo wir schlechte Ergebnisse abliefern, ständig. Und ich im Unterbewusstsein sowieso weiß, dass ich hier nicht abliefern kann aus diversen Punkten. Also das möchte man ja selber auch nicht. Das heißt, das ist immer ein Zusammenspiel von Extreme Ownership.